Du wirst verblüfft sein, wie diese drei Outfit-Tipps dich in deinem neuen Kleid noch schlanker und viel schöner dastehen lässt. Doch zuvor noch der Hinweis, in den Video-Infos und in der Beschreibung verrate ich dir, wie du dieses Kleid bis zu 87% günstiger halten kannst. Und nun zu den drei Outfit-Tipps, denn diese verrate ich dir, wenn du jetzt hier oder unterhalb vom Video auf den Link klickst, denn da gelangst du zu diesem Komplett-Paket, diesen wunderschönen Outfit-Tipps und diesen wunderschönen Kleid. Klicken! Unterhalb vom Video kannst du klicken und du kommst zum Komplett-Outfit mit diesen wunderschönen Teilen und den krassen Sales. Okay, letzte Chance. Wenn du jetzt klickst, verspreche ich dir, dass ich noch ein spannendes Geschenk für dich habe. Dann schauen Sie then, darüber rein. Okay, links in den Knopf. Wir machen dann hierover rein. Ich habe jetzt ein wenig mit 3,5 Rates! Untertitelung des ZDF, 2020